hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge subnautica im gemoddeten zustand ich freue mich natürlich wie immer dass ihr wieder dabei seid und ja ein dickes fettes sorry für die lange pause entstanden ist ich will natürlich weiter abenteuer hier in subnautica mit euch erleben und ja habe gerade schon eine folge aufgenommen die ist leider durch die kodierung komplett ruckelig geworden dann habe ich mich entschlossen bei obs ein eigenes profil für subnautica zu erstellen und ich hoffe dass das jetzt mit der kodierung funktioniert und nicht mehr so ruckelig ist was ihr diese folge verpasst habt in dieser ein ist einmal sterben und ja ein paar materialien gesammelt ich darf auch jetzt das cyclops u-boot bauen und das atomkraftwerk habe ich gefunden alles eigentlich hier an dieser position denn ich bin auf der suche aktuell nachdem ja ich weiß nicht wie es heißt aber da ist noch mal was interessantes vielleicht das habe ich noch nicht gefunden nach der fahrzeugerweiterungskonsole herzlich wunsch timi du hast sie gefunden genau das was ich wollte sehr geil den verstärkten tauchanzug haben wir auch noch gefunden alle sachen aus der alten version alles gut aber jetzt habe ich genau das ding gefunden was ich brauche um die module zu bauen der ist ja genial und das zum start der folge ist dass ich toll klatsch mir selber in hand so cool dann geht es jetzt erstmal zurück habe ich gedacht dass ich das jetzt so einfach finde es geht erstmal zurück zum altera hub fabrication facility teil wo unsere basis steht und auch unser ja unser andock buch die haben wir in der letzten folge ja noch gebaut und ja da können wir das ding ja reinbauen wenn mich nicht jetzt alles täuscht ich lasse mich mal überraschen fahren wir einfach mal eiskalt ganz gemütlich dahin ich spare euch den weg so den ganzen weg möchte ich euch nicht sparen weil ich ja auch aussetzen will was meine kodierung bei obs macht ich glaube das problem war dass ich auf 60 fps aufgenommen habe und da kommt das spiel halt nicht mit klar oder besser gesagt das aufnahmeprogramm bei anderen spielen geht das sehr gut bei subnautica irgendwie nicht und jetzt klappt es aber scheinbar ganz gut und dementsprechend könnt ihr rückelfreie videos genießen hervorragend oder spitzenklassen mäßig gut ja jetzt bin ich mal gespannt das müssen wir erstmal zusehen wie gesagt ich habe da an den wrack wo ich gerade war eine menge fragmente aufgesammelt und die frage in der letzten folge war ja ich muss jetzt mal über 300 meter tauchen und schnell andocken sehr sehr passend da ist kein problem ist kein problem kann ich sehe mal wieder alles überflutet nein wir haben keinen saft mehr okay da hat nichts mehr zum verballern okay wir nehmen die halten nicht lange die chinesischen kartoffeln das ist blöd ich kann auch keine aufnehmen dann nehmen wir mal so ein bellekin hier behälter wechseln dann machte auch wieder energie aber sehr wenig ich habe ja den atomreaktor mittlerweile auch schon glaubt er wird ein bisschen mehr sammeln langsam traue mich nicht so viele da rauszunehmen weil das auch noch ist ja länger und das gibt uns jetzt so langsam aber sicher wie energie gefressen wird aktuell hier das habe ja schon gebaut in letzten folge und da entsteht eigentlich immer mehr salz als wasser wasser habe ich aber gerade gefunden gut ist auch schnappen aber es war schon bei 500 okay man könnte noch einen bio reaktor bauen oder den kernreaktor der ist aber ein bisschen hinterhältig aber egal worum ging es denn genau beim bau war es das hier das problem dass wir nichts bauen wollte mir das frachtmodul gefehlt hat und ich habe mich die ganze zeit gefragt was ist dieses verfluchte frachtmodul ja das können wir jetzt gleich bauen wenn ich das dann gebaut habe gott ich baue und baue ja klar die motto zieht gerade auch energie klar klar sie aber gleich safe ist alles wieder in ordnung mal hier ein paar lücken schließen ist die voll lädt die basis auch wieder viel besser gut bauen was meinte ich für ein ding das habe ich auch noch gefunden im wand pflanztopf alles sehr unwichtig das teil hier ein computer chip vom kupferdraht haben wir hier noch ein bilderrahmen okay also der computer chip der kostet mir natürlich wieder einiges am materials groß verdammt komplett voll batterie 98 99 kommen und dann gibt es ja auch wieder richtig saft in der einheit so jetzt müsste der strom reinkommen weil die motto ja nichts mehr saucht komisch hat die ganze zeit 500 energie aber nichts besonderes gebaut was die energie fressen würde sehr sehr skurril okay dieser verbrauchen in der computer chip das ding müssen wir bauen dass er so eine art antenne eigener das ist immer nicht verbunden aber ich glaube soweit sind wir auch noch gar nicht zu warten bauen kannst du ja nicht bei so wenig energie das ist sehr ärgerlich jetzt gerade das sie war die ganze zeit bei 500 ja das einzige was ich machen kann ist das hier deaktivieren wenn das irgendwie geht ich kann es eigentlich nur weg bauen braucht immer noch energie und da wird eigentlich nur noch energie hergestellt okay da müssen wir noch ein bisschen haushalten was die energie betrifft ne das ist ja auch keine besonderen items okay jetzt können wir mal gucken was der computer chip kostet der kostet mir tisch korallen proben zwei stück habe ich natürlich nicht auf lager natürlich nicht mein inventar ist voll tisch korallen habe ich noch mal ein spinn gebaut da die habe ich abgefahren weil die mich immer angegriffen haben die stadt neben der basis und unser wasser halt noch mal nehmen und trinken und dann geht es uns schon besser gut schade wir brauchen auf jeden fall mehr power hier in der bude mal schauen wir das hinbekommen können also ein dach drauf bauen geht nicht wir müssten rein technisch eine verlängerung bauen habe ich noch ein bisschen gerne noch einen rum ran packen und vielleicht noch einen na oder nicht das hier im weg was hast du für ein problem wer ist mit dem glasrohr irgendwie mag er nicht ach ja da steht wahrscheinlich was dran ne shit das wird eng mit dem bauen wenn noch eine kurve bauen wenn da nichts steht ne mag er nicht hier ist so viel schrott im weg den eingang weg bauen und dafür ja das wäre das einzige was mir jetzt einfällt platz habe ich in der tasche eigentlich genug hoffe er modelt sich da dran tut er aber nicht nur wir muss er ja wobei luft aber um mama luft was ich wird damit auch immer stärker und das geht ja nirgendswo dran doch jetzt oh komm baby plus 2,5 was müssen wir an verstärkung denken wo ist der doofe eingang da muss 1,3 und alles wird noch mit energie versorgt das ist doch schon schön wird langsam ne basis leute ey wahnsinn was ich jetzt hier rein bauen könnte wäre tatsächlich der atomreaktor der verbraucht aber immer diese doofen brennstoffzellen ne der ist natürlich ein bisschen heftig der kernreaktor der bioreaktor ist eigentlich ein kinderkram reaktor den kann man eigentlich easy peasy bauen aber momentan geht es mit der energie ja aufwärts ok also können wir da später uns gedanken drüber machen erstmal muss ich dieses ding da bauen und das so ein computerchip haben das heißt wir brauchen wir brauchen scheiß tischkorallen verdammte axt diese tischkorallen mist scheiße die wird mir immer wieder nerven kosten aber vielleicht müssen wir manchmal gar nicht so weit ich schaff das immer so schnell dass ich kein damage bekommen das ist voll gut so achtet mal ein bisschen auf tischkorallen vielleicht finden wir ja ein paar codierungen scheinen völlig in ordnung zu sein kein fucking geruckel mehr ich will euch ja keine dia show präsentieren ich will ja auch schon anständig spielen ne mit euch zusammen also ich kann es ganz normal sehen und ihr kriegt eine dia show das ist ja blöd okay tischkoralle ich muss kann ja immer wieder gucken was das kostet in der herstellung und dann haben wir dieses frachtmodul tischkoralle ist so eine pflanze die man nicht selber anbauen kann aber ich weiß immerhin wo es sie gibt das ist schon mal ein etwas so unfassbar viel metallschrott ne atomkraftwerke 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 hier gleich kommt tischkorallen jetzt nochmal ein wreckchen ihr habt auch alle baupläne zusammengesammelt leider in einer sehr ruckligen Folge Silikongummi brauchen wir definitiv das können wir uns ja an der Basis da hinten herstellen ja, müssen wir mal aufpassen ich nehme erstmal ganz viel mit und fliege erstmal fliege fahre erstmal da wo ich hin will sehr interessant also es macht schon Spaß zu entdecken was es da bald Neues geben wird ich bin mir noch nicht sicher wie wir die ganzen anderen Teile finden sollen ich finde da auch ein wenig im Internet nichts wie wir tatsächlich an den ganzen Kram kommen da sind die ganzen tischkorallen da will ich aber gleich erst dran wir brauchen echt eine fette Ladung tischkorallen und wir bauen wir direkt hier wird wohl Sinn ergeben unsere erste Basis da noch ein bisschen Schmierstoff und eine Nachricht gab es auch wieder ein interessanter Punkt okay, was wir spawnen dürfen ist echt viel also wir brauchen den Kabelsatz äh Quatsch wir brauchen den Computerchip ganz sicher der möchte von mir zwei tischkorallen das hole ich mir ganz schnell habe ich auch noch Platz dafür ja, guck mal, perfekt Messer ist auf der Fähr machen wir mal einen Stück dann können wir auf jeden Fall schon mal den Computerchip so, oh, einmal umsetzen sorry dann können wir direkt hier checken was der kostet äh, ein Kupferdrätschen kann ich glaube ich nicht mit denen augenblicklich ich habe nämlich nur ein Kupfer oh Gott wird die Kupfersuche wieder los aber vielleicht haben wir da unten ja Kupfer drin naja, war schon ein bisschen ausprobiert aber das hat nicht so geklappt wie ich mir halt gewünscht habe wir haben hier echt komisches Zeugs drin leider kein Kupfer Silber nehme ich mal mit oh Gott hier sind ein Stückchen Tösselchens aber es gibt besseres Essen das werden wir auf jeden Fall noch anbauen ich muss mir jetzt die Schmierstoffe herstellen und für die Ultra-Gleitschlimm-Forderwahl wenn wir ein bisschen schneller schwimmen können die waren eigentlich noch in meiner Planung mit einem drinnen wollte ich wollte ich wo sind die denn, Ultra-Gleitschlimm-Flossen ach, die gibt es wahrscheinlich nur in den in der Modifizierungsstation ich habe das ein Silikongummi aber das können wir auch hier gucken da einmal Silikongummi dann haben wir das auch safe der Rest wird Schmierstoff ein wenig Platz sparen ein bisschen viel was wir haben, haben wir gut, dann wie gesagt bauen das ist das nächste Ziel definitiv hier Kupferdraht den können wir unterwegs eigentlich auch locker finden den Mist da muss ich hier nicht die ganze Zeit verweilen wenn wir uns auf den Rückweg begeben und dann modifizieren wir unsere Motte so heftig welchen Platz hatte ich denn noch wird das reichen für ja, ich würde das eigentlich nicht mitnehmen weil das Cyclobs-U-Boot ist ja jetzt baufertig sozusagen da ist das Frachtmodul na, als Fahrzeugerweiterung das sah so unecht aus deswegen habe ich mich so gewundert aua der hat sich selbst in der Luft gesprengt ist aber schuld wo ist denn unser Zyklope Zyklops hier beladen da fehlt nur eins da kann man wieder Batterien selber laden das ist auch cool ok, ich finde es wieder mal nicht in Zyklopen ist immer so ein Gewusel hier mal beißen die Kackfische mobile Fahrzeugstationen ich habe noch alle Teile für einen Zyklopen ich bin wieder nur blind da Klarstall emelidiertes Glas Schmierstoff Blei das machen wir uns auf jeden Fall noch aber erstmal geht es zurück wir haben ja alles da ich glaube aber die ganzen Dinger kosten wahrscheinlich damit wir ein paar parat haben nehme ich erstmal ein paar mit wäre auch dumm, wenn nicht da muss ich nicht für solche Kleinigkeiten in meinen und her schwimmen wissen du Aua Aschloch so, die Tasche ist voll mit dem Mist ich muss mal auf Lager legen ja, dann Kram den findet man ja immer ziemlich gut brauche ich aber noch einen Kupfer brauche ich den vergesse ach man muss jetzt ein Rettungswagen wieder vorbeifahren immer wieder, wenn ich Aufnahmen mache brauchen wir ja nur ein Klumpen finden ein Klümpchen das können wir mal ausmachen obwohl Energiespar brauchen wir nicht mehr wir haben ja jetzt eine Tankstelle da unten könnte ein Kupfer sein muss man aber leider irgendwas rauswerfen jawohl das war auch das zu fehlende Kupferteilchen ich glaube aber dann habe ich nämlich genau zwei perfekt dann geht es ab ein Kilometer diese Richtung ich spare euch wieder mal den Weg so sind wir fast wieder da dann unsere jetzt immer größer werdende Base leider darf die Motte da noch nicht hin aber das soll ja jetzt verbessert werden dafür müssen wir uns einmal in der tödlichen Tiefe übergeben das ist schön cool aus hat zwar so keine Verbindung zieh rein und das zieht natürlich wieder mal ein bisschen an meinen Strom da müssen wir unbedingt dran arbeiten an den Saft gut und da wollte ich auch hin wo ich jetzt bin ne Quatsch ich wollte noch was bauen ach der Eingang ist neu und dann müssen wir das zerbasteln was braucht das denn noch alles ich weiß es gar nicht mehr ach man Hühlenstärke könnten wir auch mal ein bisschen verpassen ok ok hier der Kupferdraht war es ok bum 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 super laut momentan sogar schon leiser gemacht und da dürfen wir alle Anbauteile bauen ja so war das damals schon lange ist es her ein Titan fehlt ja verdammter ich hab das eine Titan was ich rausgeworfen hab im Ernst immer wieder so eine Kleinigkeit ne dum 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 das scheint doch schon wieder gar keine Energie zu produzieren der Halunke Inventory full habe ich irgendwas im Inventar nimmt das ja auch Tischkoralle 2 4 6 8 10 so komm vielleicht verbraucht der hält der länger damit aber der produziert ja gar keine Energie mehr hat der auch gar keine Verbrauchung ey ich hab mal ein Titan vergessen das war Wasser der fehlt jetzt ein Titan Anti-Tension Anti-Tension hat gefehlt und wir haben noch ein bisschen repariert super gut immer wieder kein Wasser da ist ja Ärger dabei das Ding hier das muss man so doof installieren zack da ist es das tolle Teil und hier dürfen wir jetzt Tiefenmodule errichten Tiefenmodul Stufe 1 habe ich doch schon da ist es das Frachtmodul noch 3 Titan ok wusste ich vorher nicht hätte ich bestimmt gucken können und dann braucht das hier nicht nur das natürlich es braucht noch Titan Barren 2 Stück Signalboje und ein Kabelsatz Sachen die wir eigentlich herstellen können ok mal gucken wie weit wir da kommen was habe ich gesagt brauchen wir aber wenn man nicht so vergesslich wäre ne Zyklopen sind schon zu tief also das haben wir safe wollte ich noch ach Gott ich vergesse immer was ich jetzt brauche ehrlich ein Kabelsatz war das dann müsste ich in der Tasche haben Kabelsatz und Titan Barren waren das 2 Stück oder ich bin mal so mutig Titan dreimal da ist keiner mehr drin da ist natürlich auch keiner mehr drin da ist Wasser drin ok Titan sollte wohl nicht so schwer sein zu finden schon was wir jetzt machen können ah jetzt muss ich jetzt eine Linie bauen logisch ey ich würde gerne Verbindung nach da oben bauen ich wüsste nicht nur wie vielleicht passt das ja auch gar nicht so mein gutes Ding komm mal her hier können wir auch die Motte ein bisschen anmalen ne wenn ihr eine Farbe euch wünscht dann schreibt es in den Kommentaren also das Ziel wäre das hier das will das teilhaben brauchen wir erstmal rein guck mal wie es dann so weiter geht Signalboja habe ich in der Tasche fehlen tut äh ein Titanbarren also wir brauchen ein bisschen Titan drei Stück sind wir ja wohl da ich würde sagen wir werden wir wohl finden der Rest ist in der Tasche dann haben wir dieses Ding da gebaut ich weiß doch gar nicht wo das gut ist ich habe Angst wie verbrauchst du verbrauchst du viel zu schnell acht habe ich gesehen was falsch gemacht ich habe die Zahl wahrscheinlich nur falsch gelesen gerade naja ist ja nicht schlimm ist ja nicht schlimm da wird schon ein bisschen Metallschot rumliegen irgendwo wenn wir so schnell eins gefunden haben finden wir bestimmt noch mal schnell eins aber der Hunger der wird bald heftiger ich habe aber die Brutzelklinge hier ist noch mal Titan mal genug mit hier muss man nicht lumpen lassen oh der Hunger und der Durst was macht das Ding nochmal ich habe schon wieder vergessen wenn es heißt ich glaube wir bounce jetzt einfach irgendwas mit Drohnen irgendwas macht das so exquisite exquisite okay so du kannst jetzt was E Error connection to station fail please visit the ultra hub fabrication facility to assistance wir haben irgendwie nirgends wo kontakt zu also Antennen die Dinge die wir bauen und dann müssen wir für in diesen Wrack rein naja Luft ohne Ende und da schnappt das echt Müll ich habe glaube ich jetzt keine so eine volle noch ich habe noch mal Luft ist ein bisschen doof jetzt ich weiß aber das muss ja für irgendwas gut sein ist ja eine Unterwasser Geschichte da also das Ding Throne Terminal irgendwas mit Throne mit einen Thron nein Quatsch ein Throne Terminal müssen wir das immer eingeben da in diesen Computer das ist aber echt heftig anstrengend dafür muss jetzt haben wir mehr Luft als das Zimmer so Antenna hier 3491 3491 die Fans Antenna das sind so viele Codes die Fans upgrade 3491 3491 ich habe wieder keine Luft dafür eigentlich wieder kaputt wie soll man das denn schaffen scheiß Ding gut da habe ich jetzt keinen Hunger keinen Durst mehr immer noch 3491 ich weiß nicht was man da bringen wird aber das hat Schmidt wohl eine sehr große Rolle dieses Teil wow wie viel Luft noch auch von Weitem mal reparieren error please repair all electrical oh 555 steht doch da interfere digipin ist repariert ist repariert ist repariert ist repariert please repair all electrical boxes 5 aber hier sind nur 4 1 2 3 4 ich habe vergessen wo der 5te war er wird ja blitzen und mir zeigen dass er kaputt ist habe ich das schon mal gemacht warum muss man das einfach nochmal machen geht immer alles neu kaputt also wir hier wieder drin ja shit dann hole ich nochmal Luft das ist auch so eine box die ist aber voll heile mal schauen Luft haben wir tonnenweise gefühlt eigentlich müsste ich hier einen Eingang hinbauen wenn ich ein bisschen Glas übrig hätte den Eingang macht er aber nicht weiß nicht warum so viel Luft dass man schon Langeweile bekommt Antenna Antenna ist aber an ne also gelb wird wohl an sein und dann gibt es Informationen aber jetzt müssen wir wieder einen reparieren ich weiß nicht mehr welcher das kann nur an diesem Gebiet sein also da in diesem Wrack da haben wir schon echt was geschafft würde ich sagen ich weiß ja noch nicht genau was passiert wo war der andere am Blitzen seht ihr irgendwo Blitze bin mir Zeit lassen ich brauche keinen Stress und keine Hektik haben na also hier waren wir noch nicht drin also hier waren wir schon mal drin ja hier gab es ja auch irgendeinen Raum der mich glaube ich jetzt zurückführe hier haben wir alle Batterien drin reactivated oder da die Tür auf und zu machen leuchtet so komisch die databox da gab es so ein leckeres Ding drin ich hoffe es ist immer noch super wo haben sie es versteckt auf jeden Fall das reactivated 5 nochmal so eine dataling mehr Raum haben wir hier eigentlich nichts zum reparieren hier haben wir schon reingeäugelt wie die blöden Fließband ist aber wahrscheinlich leer es gibt kein Licht rein also steht da 5 von 5 müssen wir einen anderen Pinne eingeben da 4 9 1 war falsch ich muss nur mal ein paar aufschreiben dann gehen wir mit der vollen Luft da mal hin ne was haltet ihr davon wir haben jetzt ja noch erstmal genug Luft also alles was mit Null ist geht schon mal nicht ich kann ja mal Pause drücken weil wir schlau sind da 4 9 1 habe ich ich schreibe trotzdem nochmal 3 4 9 1 auf 6 2 8 0 da kann ich nicht lesen 1 9 9 3 7 1 5 6 ah das ist Fabrikater Room Code Access ich muss mal gucken was bei den anderen da steht ich sage alle mit Null machen keinen Sinn weil wir keine ich glaube vielleicht kann man doch eine Null eingeben 8 9 6 4 Sektor F A B C D E F etc keine Ahnung aber das ist Fabrikater Room Code Text Antenna Code Antenna Room Code ok ok Antenna Room Code ich muss ja gleich nochmal einen Haken machen wo was ist ich hol mir schnell mal Luft sorry dass ich mal so viel Luft holen muss aber es ist unter Wasser das Spiel was soll ich tun boah ich nehme mit total billiger Qualität auf egal ich habe es alles gut eingestellt ich habe hier oben Luft schneller schneller wir haben keine Zeit so schnell Pause drücken Antenna Room Code ist der erste Antenna haben wir drei Möglichkeiten Antenna Antenna und der andere war Fabrikation 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 so meine Rücken tut weh jetzt los mal gucken wir was da passiert denn einen haben wir ja schon eingegeben ist ja gar nichts passiert 6 2 8 0 0 geht doch valid valid 1 1 1 1 9 9 3 ok drone hub da will er irgendwas sammeln haben wir jetzt Connection dazu aufgebaut ihr seht Atara Hub Energy ich glaube wir brauchen irgendwelche Punkte hier die Drohne sammeln die Drohne sammelt das Ding Tablet das Befehl und ein Mülltonnen Ding brauchen wir dann Tablet Atara Hub Depot Consumer ok ok es hat Connection aber ich habe dieses Depot noch gar nicht oder lass uns einfach mal schauen falsch beim Depot wenn ich Po höre dann werde ich ganz wild und die Dinger arbeiten zusammen das Ding fängt aber erst an wenn ich ein Po habe also ein Depot und dieses Depot Ding sieht man ja eindeutig was es ist auch gleich Luft wir sehen alle so aus die Scheißdinger ich gucke mir das von innen an und zwar hier Depot also das hier Transportzone Terminal und das hier haben zusammengespielt dann kann das Depot doch gar nicht so weit weg sein Recycler Trash Fire Sea Breezer gut und cool Neom Planter cool ich glaube die Sachen kann man dann freikaufen aber ok das sieht schon verdächtig aus Remote Storage aber ich sehe den nicht ehrlich das was das von mir will du wirst was ich meinen oder also dieses Depot Ding da mir fehlen ja überall Kids überall noch außer viele Sachen die halt relativ normal sind sogar so ein Science hier Elevator Phantom Teleporter mit dem Kit 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 Aquarium haben wir lange nicht gefunden da steht einfach nur Subnautica Rack Universal Charger cool Floor Server Rack Series habe ich mir gerade angeguckt Sink Waschme Shower Backofen Rund Keine Ahnung Bootbox Computer CPU einfach nichts bauen davon gar nichts ich glaube ich muss mir die alle freischalten Altura Hub Depot da ist er ich hab ihn zweimal Glas und Titanenwaren Kabelsatz und ein Computerchip das hört sich doch hört sich doch machbar an wenn wir jetzt was für Essen kriegen und dann dann kommen wir heute der Sache ganz schön nah Wackerwerfer hier sind ganz viele davon was habe ich gesagt warum Computerchip für Computerchip brauche ich was brauche ich Computerchip habe ich Gold müsste ich haben Kupfer brauchen wir dringend Entschuldigung ich bin mutig habe viel Luft die sind ja überall die Viecher guck mal hier sind da Steine geil wo kann ich die aufklopfen natürlich Titan natürlich Titan zweimal Titan die machen ganz schön Damage sollte man nicht unterschätzen Gold könnten wir vielleicht auch gebrauchen Kupfer zwei Kupfer mehr nicht da wird Silber drin sein nein Blei auch gut mal irgendwo ein Fischi finden Hau ab ein essbarem Fischi oh Gott ich muss zurück schwimmen wenn du die Antenne aktivierst ist mir wieder nicht angezeigt ist aber nicht schlimm weil meine Mütte mein Mütchen da steht komm her zur Waffe für Anfänger nicht einfach mal Uran rum nee es ist Kupfer ne den Gold wir brauchen jetzt sehr sehr skurrile Gegenstände oh Vorsicht 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 Ah es fehlt schon an Kupfer wenn wir ja Luft holen nur für den Kupfer wenn wir das gebaut haben dann muss irgendwas passieren irgendwas muss passieren ich weiß nur noch nicht was wupp 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 wumm ich schwimme einfach mal in der Richtung ich hab ne Motte und schwimmen selber aber ist egal dabei findet man noch viel schneller das Zeug seiner Woche ist ja alles in der Nähe wenn man Glück hat dann ist das immer wenn man es dann hat dann muss man immer so weit zurück schwimmen dann nervt das ich will gar nichts weit zurück schwimmen ich will das haben und sofort ausüben da ist Kupfer wenn alles gut läuft boah was Schatten war das denn ach fick dich scheiß Titan keiner braucht jetzt getan weißt du und jetzt findest du nur Titan jeden tausendsten ist jetzt langsam aber sicher schon mal anfangen mit dem Bau ach das ist doch Diamant da ist es das Kupfer kann nur Kupfer drin sein ja zurück 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 boah wie viel Luft ey irre ne ich wollte mir doch die Ultragleitschirnflassen bauen man warum vergesse ich sowas eigentlich immer so tolle spannende Sachen vergesse ich immer schwimmen leider Pirat nur noch unterwegs ein bisschen töten essen ich habe leider nicht viel trinken das ist das Problem wo brauche ich dieses Ding dann hin einfach da drauf scheinbar haben wir jetzt Funkkontakt dazu ich habe schon mal vergessen wie das Ding heißt Autorab Depot scheiß Computerchip ey diese Computerchip scheiße zwei mal Glas und Titanbarren diese scheiß Computerchips hier aber auch wachsen die gar nicht mehr nach du sind wieder schon hier wenn ja sind ist kommt Guatemala 이엚 COP dass ich die mitgenommen habe ernte ist jetzt muss ich das wieder finden ganz und kabel seit zweimal silber noch ein glas und ganz viel titan da legt mich doch ein titan warum fehlt noch noch ein glas das wächst ja überall der zeug müssen metallschrott und da ist es unser glas unser wunderschönes glas nach zwischen der kacke werfe ein mann auf trifft nicht weg aus 1 zweiter ist das glas safe schützt wird er vom glöckelwerfer ein titan ein titan da ich bin blind hin ist einfacher und schneller möchte dafür schwimmen noch mit getan bis sie sich so vor mal über alles klar mental voll okay ich denke mal dass wir schon wieder den pin eingeben müssen 133 war das glaube ich ist das so dunkel meines erachtens nach sind das alle zutaten er wolle was auch immer das hier ist das war das haben wir schon mal gemacht das war nur so ein bild also ich habe die zeichnung gesehen auf dem computer da muss ja wahrscheinlich dazwischen irgendwo gebaut werden oder darauf ich weiß es noch nicht gucken wir mal das muss innen gebaut werden was ich jetzt gar nicht verstehen an der wand mt wenn man von dir oben darauf wenigstens in 80 items das ding zum pda das pda zu diese suchmaschinen teil das haben wir aber auch noch nicht aktiviert das suchmaschinen teil bringt das dann hier rein stimmt ist außen was dran das hier haben wir auch noch gar nicht berührt so zu sagen hat mir nichts was ich ob das jetzt hier arbeitet schon direkt unglaublich still wo ich muss erstmal durchlesen auf englisch transport drohne muss ich die drohne noch bauen vielleicht man nicht immer falschen button und haben die tasche mit der hand weil hier ist nicht so irgendwie im button oder sowas open also habe ja ich denke mal oben das aber ich muss schon wieder irgendein kommando eingeben ok leute also wir haben auf jeden fall das ding jetzt leer name name blablabla consumer also den haben wir oben stehen oder dazu batterien drin das kenne ich kenne ich kenne ich kenne ich aber das ding hier hat auch zwei so batterien ich habe noch gar nicht so wie ich beachtet so kann ich an jetzt aus zu prozess kannst du mal ein und ausschalten was glaube ich auch richtig ist also diese drohne muss das jetzt holen muss ich die drohne bauen keine drohne gesehen display board schönes ist alles nicht so einfach muss ich sagen wir haben jetzt und damit kriege ich wahrscheinlich diese talas zusammen das ist so live support das spielt keine rolle baulicht baulicht eine drohne ich habe hier nirgendswo schaltung ein und es ist noch open mit ee und dann sage ich sie mir genau das an altera hub fabrication facilities are required to war my happy transport drones in the in the event that a loss of connection of the altera product share network that hera transport drone terminal provide the altera happy to drone cozy secure place to transfer properties items perform any need self bla 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 muss erst mal alles wissen was das bedeutet leute das ist echt heftig jetzt mal auf speichern ich mir nichts vergesse hier rein und sagt danke fürs zusehen das lese ich mir mal genauer durch aber wir haben jetzt echt was geschafft bis zur nächsten folge 2 Untertitelung des ZDF, 2020